Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Discord-Python-Bot-Programmierung und wir werden uns heute mal das Konzept von Cox und Classes anschauen. Viel Spaß! So, hier sind wir jetzt in unserem Code und schauen uns mal an, was wir bis jetzt so haben. Denn wir haben jetzt unseren Bot hier oben erstellt als Commands.Bot. Da drin haben wir jetzt ein paar Bots.Events, ein Bot-Command und es ist auch alles völlig in Ordnung so und könnten wir auch so machen. Allerdings, wenn wir jetzt mehrere Events und mehrere Commands haben, dann wirkt diese Datei super, super lang, super unübersichtlich und das wollen wir irgendwie ein bisschen anders herangehen, um das Ganze ein bisschen ordentlicher zu machen. Und da kommen wir jetzt auf das Prinzip von Cox und Classes. Ich werde euch nachher nochmal genau erklären, was was heißt, wenn wir darüber dann reden. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal dann mit den Classes an, da es sich hier besser eignet und quasi dann die Grundstruktur gibt. Eine Class oder eine Klasse im Deutschen ist einfach eine Art Konstrukt, was in sich geschlossen ist, wo wir dann definieren, okay, hier gibt es jetzt die Methode, die Methode, die Methode, die gehören hier rein und wir können es dann wie hier oben zum Beispiel Bot, das ist auch eine Class, können wir sagen, okay, wir wollen jetzt eine neue Instanz aus dieser Klasse erstellen und dann können wir damit in der Laufzeit arbeiten. So, wir wollen jetzt unsere Hauptklasse hier auch einmal zu einer eigenen Klasse machen, die dann von commands.bot erbt. Das heißt, alles, was normalerweise ein commands.bot wäre, passiert dann auch bei uns. Um das zu realisieren, fangen wir einfach mal hier oben dazwischen an, beziehungsweise noch drüber, machen uns ein bisschen Platz und fangen jetzt ganz einfach an Class, für Klasse eben, Python Bot. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt, das ist dann einfach der Name eurer Klasse. Jetzt machen wir runde Klammern auf und hier entweder lasst ihr das jetzt leer oder das, wovon geerbt wird. In unserem Fall jetzt eben von commands.bot, weil wir einen commands.bot erstellen wollen. Das heißt, wir machen hier einfach nur commands.bot, das große Bot und machen da hinten dran einen Doppelpunkt und jetzt haben wir schon eine eigene Klasse erstellt, die von commands.bot erbt. So, eine Klasse hat immer so ein paar Standardmethoden. Ihr könnt die euch theoretisch auch hier anzeigen lassen, diese ganzen Build-Ins. Oder ihr guckt einfach online, was ihr für Methoden braucht. Es gibt da zum Beispiel die erste Methode, die wir eigentlich heute jetzt nicht hundertprozentig brauchen, aber ich werde es einfach mal euch zeigen. Das ist die Init-Methode, das ist so die Standard-Methode. Die wird als allererstes aufgerufen, wenn ihr diese Klasse erstellt. Und die benutzt ihr mit der dev-init. Genau, da haben wir jetzt gerade auch mal alle gesehen, die quasi klassenintern sind. Und hier könnt ihr jetzt quasi die Überklasse, also in dem Fall jetzt das commands.bot, aufrufen, indem ihr super schreibt. Und jetzt können wir hier auch zum Beispiel einfach die Init-Methode aufrufen mit unseren übergebenen Werten. Haben wir jetzt noch keine, deswegen bleibt das jetzt kurz leer. Aber da sehen wir schon, er wird jetzt gleich hier meckern. Er braucht einen Präfix und Genau, verschiedene Optionen hier sind noch wichtig. Diese beiden, Description und Help-Command, braucht er nicht unbedingt, weil er hat ja hier schon einen Default-Wert immer. Die müssen wir also nicht mitgeben. Aber die, wo hier kein Default-Wert, also kein Ist gleich irgendwas ist, die müssen wir auf jeden Fall mit übergeben. Das können wir jetzt entweder hier drin machen, oder wir können sie uns auch bei uns direkt übergeben. Das heißt, wir können hier oben in der Init einfach zum Beispiel sagen, Command-Prefix und Sternchen, Sternchen, Options. Und die können wir jetzt hier einfach mit übergeben. Command-Prefix ist natürlich unser Präfix, also unser Ausrufezeichen. Und verschiedene Options brauchen wir jetzt in dem Sinn erstmal noch nicht. Das ist dann zum Beispiel, um zu sagen, wann er reagieren soll, wie er reagieren soll, wie die Intents sind. Gut, für die Intents werden wir theoretisch brauchen. Das zählt alles so ein bisschen zu Options mit rein. So. Dann machen wir mal weiter und machen unsere OnReady-Methode, die wir derzeit hier oben haben, und tun sie mal in die Klasse rein. Und da ist jetzt was ganz Witziges. Dadurch, dass wir uns in dem Bot selber befinden, in der Klasse, können wir dieses Bot-Event einfach weglassen. Das heißt, wir brauchen nur diesen Teil hier unten mit dem Async-DevOnReady und dann unseren Print. Und den packen wir jetzt einfach mit einem Tab-Einrückung hier rein. Und hier muss jetzt aber noch ein Self rein. Also immer, wenn ihr irgendeine Methode habt in einer Klasse, dann muss da als allererstes Argument Self mit übergeben werden. Das ist quasi die Klasse. Also wie in anderen Programmiersprachen das Diss. Genau, jetzt haben wir das. So. Jetzt können wir noch unseren zweites Event hier mit übergeben. Das machen wir genauso. Einfach nur hier reinkopieren. Jetzt ist eins zu weit drin. Und hier vorne dran als erstes Argument noch ein Self. Und genau, in dem Sinne haben wir jetzt quasi unsere Events schon mal fertig. Das war der Teil mit den Classes. Wir müssen jetzt hier gleich noch ein bisschen was anpassen, damit das auch wirklich aufgerufen wird. Aber im Prinzip ist das unsere Hauptklasse jetzt. Die Python-Bot-Klasse. Jetzt wollen wir hier unten das noch ein bisschen anpassen. Und das geht erstaunlich einfach. Dadurch, dass dass unser Python-Bot von commands.bot erbt, können wir einfach hier unten das austauschen, das commands.bot und sagen einfach, das ist ein Python-Bot. Und die Argumente bleiben komplett gleich, weil sie ja davor für ein commands.bot waren. Wir übergeben das ja alles einfach direkt weiter. Und somit haben wir einfach nur einen Python-Bot hier. So. Jetzt wollen wir uns noch um die Commands kümmern. Theoretisch könnten wir die ja auch mit reinpacken, aber das wäre ein bisschen zu unübersichtlich. Dann hätten wir quasi nicht das erreicht, was wir eigentlich wollten. Das heißt, wir wollen diese Commands jetzt auslagern. In sogenannten COGS. COGS sind einfach quasi ausgelagerte Klassen oder Dateien, die in der Laufzeit extra geladen werden können. Und um das zu realisieren, müssen wir uns jetzt einfach erst mal einen neuen Ordner hier machen. Also ein Directory. Und das könnten wir jetzt nennen, wie wir wollen. Commands, Extensions, wie auch immer. Ich werde es jetzt mal Extensions nennen. Also quasi Erweiterungen. Und hier drin wollen wir jetzt mehrere Python-Klassen haben. Beziehungsweise unsere Python-Klassen. Und das machen wir einfach mit einem Python-File. Zum Beispiel machen wir erst mal das Test-Command. Also sagen wir einfach Test-Command. Jetzt haben wir ein neues Test-Command.py. Und hier machen wir jetzt eigentlich nichts anderes, als unser Test-Command auszuschneiden und hier drüben wieder einzufügen. So wird das natürlich so einfach nicht gehen. Ist ja klar. Deswegen müssen wir das jetzt ganz ein bisschen anpassen. Und zwar haben wir hier unseren Bot ja gar nicht. Das heißt, wir machen hier jetzt direkt von commands.bot.import. Allerdings haben wir das gerade auch noch nicht. Das heißt, wir müssen das jetzt erst mal importieren von Discord.ext.commands. Also hier oben from Discord.ext.import.commands. Jetzt sehen wir schon, okay, er hat das gefunden. Wir haben jetzt hier add commands.command. Haben unseren Test-Command. aber jetzt muss er unser Bot ja noch wissen, dass das auch wirklich ein Cock ist und dass er den setuppen soll. Und dafür gibt es eine globale Funktion, die heißt devsetup. Einen Moment. So, und dafür haben wir jetzt hier eine globale Setup-Funktion. Dafür machen wir fast devsetup und hier übergeben wir jetzt quasi unseren Bot. und hier machen wir jetzt bot.add-command, weil wir ein command hinzufügen, test. Das ist ja unsere Test-Methode hier. So, jetzt müssen wir jetzt noch einmal reformaten und dann passt diese Datei schon und wir haben quasi unseren Test-Command eingefügt. So, das machen wir jetzt einfach nochmal für den User-Info-Command, damit wir hier direkt gleich Platz haben. Denn natürlich fehlt noch ein bisschen was. Wir müssen hier natürlich noch unser Bot sagen, dass er das auch laden soll. Aber jetzt machen wir erstmal kurz noch hier den User-Info-Command. hier rein, schreiben die commands, importieren das Ganze. Muss man natürlich alles andere auch noch importieren, was wir hier benutzt haben. Genau. Sollte dann bei euch genau so aussehen. Tun wir hier wieder die Set-Up-Methode rein. Bot. Bot. Add-Command User-Info. So. Und um das Ganze jetzt zu verbinden und euch zu erklären, was jetzt ein Cock ist, denn wir haben hier keine Cocks erstellt, sondern bis jetzt nur eigene Extensions. Ein Cock wäre das Ganze, wenn ihr das jetzt verbindet und hier raus eine eigene Klasse macht. Dann würdet ihr nicht hier Add-Command machen, sondern Add-Cock und könntet das eine ganze Klasse hier reinladen. Aber für unsere Anwendungsfälle brauchen wir das jetzt gar nicht, sondern benutzen hier einfach nur Extension-Commands und können hier dann so ganz einfach weiterarbeiten. Aber im Allgemeinen wird trotzdem hier auch von Cocks geredet, auch wenn das offiziell eigentlich keine Cocks sind, sondern einfach nur externe Files. So, so weit, so gut. Wir wollen jetzt dafür sorgen, dass unsere Extensions auch geladen werden. Da hat Python relativ Standard was Eigenes, plus wir benötigen dann noch etwas von unserem Discord-Py-Framework. Aber das ist alles schon mit dabei, da müsst ihr euch um nichts kümmern. Wir werden jetzt einmal hier machen if unterstrich unterstrich name unterstrich unterstrich ist gleich ist gleich und jetzt in einfachen Anführungszeichen unterstrich unterstrich main unterstrich unterstrich damit sorgen wir einfach dafür, dass unser Programm das nur bei der Hauptklasse beim ersten Mal ausführt. Jetzt sagen wir hier legen wir unseren Pfad fest. Also in unserem Fall Pfad ist gleich in Einführungszeichen Extensions, also einfach nur der Ordnerpfad hier. Wenn ihr jetzt euren Ordner zum Beispiel Commands genannt habt, müsstet ihr jetzt Commands reinschreiben. Extensions, das schlägt uns auch direkt schon vor. Jetzt definieren wir noch ein paar Extensions. Das heißt, wir könnten theoretisch durch alle in diesen Orten einfach durch iterieren oder wir könnten hier jetzt die fest schon sagen, okay, es gibt dann Extensions.testcommand, Extensions.userinfo.command. Ich will es euch natürlich jetzt ein bisschen globaler zeigen und dementsprechend zeige ich euch direkt, wie ihr das machen könnt, dass euer Programm selbst diesen Ordner durchsucht und alle einfach lädt, die da sind und dafür machen wir hier eine eckige Klammer auf f for f f ist jetzt in dem Sinne der File bzw. wir nennen es gleich einfach File, dann ist es einfacher for File in List List dir brauchen wir jetzt hier das ist eine Python Methode die uns quasi alle Dateien aus einem Ordner gibt und da gehen wir jetzt einfach auf den Path und jetzt sagen wir noch eine if-Abfrage if is File auch wieder eine Python Methode die einfach abfragt, ob das eine Datei ist und hier machen wir jetzt noch einen Join rein path Komma File damit bewirken wir quasi, dass er in diesem Pfad oder beziehungsweise hier prüfen wir ob Pfad Punkt File also Extension Punkt Test Command zum Beispiel ob das eine Datei ist oder ein Ordner und wenn es eine Datei ist dann soll es hier aufgelistet werden in dem List und dann wollen wir das alles hier bekommen in einer Liste jetzt müssen wir das Ganze noch importieren und dafür machen wir Import OS Punkt List hier drüben Import OS Punkt Path Punkt ist File und hier noch ein Import Join von OS Path so jetzt sollte das so aussehen jetzt haben wir unsere Extensions quasi hier schon mal so geladen aber jetzt müssen wir auch noch den Bots sagen okay hier sind noch ein paar und das machen wir jetzt mit einer Vorschleife for Extension in Extensions also wir gehen jetzt quasi durch alle unsere Extensions durch und machen jetzt hier ein Try Catch äh Try Accept sorry und sagen hier einfach jetzt Bot Punkt Load Extension und jetzt wollen wir unsere ähm unseren Pfad übergeben und das machen wir einfach hier mit einem F-String und sagen dann Path Punkt um eben von Extensions hier runter zu gehen also wenn ich hier mehrere Orten habe dann müsst ihr mehrfach Punkt machen für jeden Ordner quasi und jetzt machen wir hier Extension und was jetzt noch wichtig ist wir haben hier hinten gerade noch ein Punkt Pi dran das will er aber nicht er will einfach nur Test Command das heißt wir machen jetzt einfach noch mit Geschweife äh mit eckigen Klammern Doppelpunkt ähm so ja minus drei das heißt wir entfernen quasi die letzten drei Buchstaben wir haben also dann zum Beispiel von Test Command Punkt Pi nur noch Test Command und äh und äh jo das war das ja sogar schon er hat die Geschweife und Klammern zu wieder automatisch gemacht das ist super jetzt brauchen wir hier noch ein Accept und äh das machen wir jetzt einfach mal sehr breit da wird er sich dann noch garantiert beschweren SE Acception äh da könnte man jetzt theoretisch genau sagt er Too Broad Exception Clause könnte man sich jetzt raussuchen was man für äh Exceptions braucht theoretisch genau hier stehen sie auch alle nochmal die könnte man entweder jetzt alle einzeln behandeln ähm mir ist es aber völlig egal was für eine Exception kommt wenn eine Exception kommt dann soll er das hier machen dann sagen wir einfach äh äh fail to load extension oder einfach nur Fehler konnte nicht geladen werden jetzt tun wir hier noch übergeben okay soll diese Extension sein und was wir jetzt noch machen können das ist ganz witzig wir können als File wie ist das gleich ein ähm Error Code mit übergeben beziehungsweise den Error Lock dazu und das machen wir hier mit sys.stdr das ist dann einfach der Error Lock und ähm um das Ganze abzuschließen können wir jetzt zum Beispiel auch noch mit der Traceback Library die müsst ihr euch eventuell hier noch importieren dann oder vielleicht sogar erst downloaden aber ich glaube die müsste standardmäßig dabei sein und dann macht ihr hier einfach print.exc um quasi den die letzten den Verlauf des Fehlers besser herausfinden zu können jo und das war unser Bot jetzt können wir den ganzen einmal starten und austesten ob das funktioniert oder ob Fehler kommen unser Bot ist schon mal online und schauen wir doch direkt mal in Discord so wir haben unser User Info Command zum Beispiel das jetzt in einem externen File liegt und er schickt uns trotzdem unsere Daten zurück jetzt können wir bei der Rollenverteilung gucken jetzt weiß ich gar nicht mehr bei welcher Nachricht das war ähm so gut ich mach bei dem hier wenn wir hier jetzt einen Zahn wieder hin machen können wir erstmal die Rolle entfernen genau du hast den Zahn gezogen also die Events werden auch äh aufgenommen das funktioniert alles on ready haben wir hier schon gesehen und somit haben wir jetzt quasi unseren eigenen Bot ein bisschen aufgeräumt in einer Hauptklasse und unter Extensions ähm ja gemanagt verwaltet wie auch immer man es nennen will und ich hoffe ihr habt jetzt ein bisschen verstanden wie Klassen funktionieren und Extensions und wir können da dann die nächsten Folgen nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen anhand von ein paar Beispielen hab auch da schon so einen groben Plan wie wir das machen aber das sehen wir dann in der nächsten Folge bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim weiterprogrammieren und bis zum nächsten Mal ciao